Ja, hallo liebe Geschwister, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein kurzes Video, ich wollte euch bloß Bescheid sagen. Ich habe meine bisherige Erkenntnis auf ein Dokument niedergeschrieben, habe es als PDF umgewandelt und es findet sich zum Download in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und es euch runterladen und alles durchlesen. Und vor allem ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr alle Verse, die hier aufgelistet sind, und es sind sehr, sehr viele, dass ihr die selbstständig prüft. Und dann werdet ihr auch selber erkennen, hier spricht einzig und allein das Wort Gottes. Ja, benutzt habe ich hierfür hauptsächlich die Menge und die Elberfelder Bibel vom Bibelserver. Und da könnt ihr dann vielleicht auch, falls ihr eine andere Übersetzung habt, auch nochmal abgleichen. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich damit dem einen oder anderen auch bei seiner Wahrheitssuche irgendwie behilflich sein kann, dass ich vielleicht auch als Erweiterung nützlich sein kann für seine bisherige Erkenntnis. Und bei Fragen oder Austausch einfach per Mail schreiben. Ich freue mich jedes Mal über persönlichen Austausch über Skype, auch für Leute, die nach Gemeinschaft suchen. Einfach melden. Unten ist die E-Mail verlinkt. Und genau. In diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Prüft alles. Und behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4,4. Und so Gott will. Bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Ciao, ciao.